In dem Buch Der kleine Drache Kokosnuss und die Wetterhexe hat die Gewitterhexe Gula die Dracheninsel in Sturm und Hagel gehüllt. Um sie zu überlisten, haben Kokosnuss, Oskar und Mathilda ihr heimlich verzauberte Limonade gegeben. Ingo Siegner erzählt euch jetzt, wie es weitergeht. Hexenblitze Die Hexe Gula sitzt wieder an ihrem Lagerfeuer und brät sich gesalzene Rabenschnäbel und gepfefferte Schneckenfühler. Die Limonade hat sie schon längst ausgetrunken. Ach, jaucht sie. Was für eine leckere Limonade. Äh, Limonade. Ich wünschte, ich hätte mehr davon. Die würde herrlich zu den Schnabenräbeln und Feckenschnülern passen. Schnabenraben-Rabenschnabel. Jetzt springt sie auf und ruft wütend. Schnabenrabel? Feckenschnüler? Was soll das? Da erblickt sie am Himmel einen kleinen Feuerdrachen und eine Fledermaus, die geradewegs auf sie zufliegen. Der kleine Drache ruft. Na, du alte Schrumpfnudel, wie geht's? Die Hexe Gula traut ihren Ohren nicht. Nun, Numpfschrudel? Na warte! Rot vor Wut reißt sie ihren Zauberstab empor. Öri, Knöri, Koppeldorn, wird aus dir ein Kagelhorn! Nur ein winziges Flämmchen pufft aus dem Zauberstab heraus und Kokosnuss ruft. Da musst du aber noch etwas üben! Fassungslos schaut Gula auf ihren Zauberstab. Dann schwingt sie ihn erneut und kreischt. Helle Pille, Lechsenhocken, werdet ihr zu Sinke stocken! Doch wieder kommt nur ein kleines Flämmchen aus dem Stab heraus. Sinke stocken, ruft der Fledermäuserich Oskar. Du meinst wohl Stinke Socken, du Warzenschwein! Schwarzenwein? Na warte, du, du, du! Lackerkake, du! Lackerkake, nie gehört, sagt Oskar. Du brauchst wohl einen Sprachkurs. Die Hexe stößt einen furchtbaren Schrei aus, schnappt sich den Besen, berührt mit ihrem Zauberstab den magischen Regenschirm und murmelt Hinkie-Pinkie-Begenrogen, hochgewacht und aufgeflogen! Der Schirm regt sich nicht. Da gibt die Hexe ihm einen Tritt und schreit, Schlöder-Birn! Im selben Moment schwingt sie sich auf ihren Besen in die Lüfte und rauscht auf Kokosnuss und Oskar zu. Die beiden fliegen so schnell sie können in die Gewitterwolken hinein. Kaum ist auch die Hexe in den Wolken verschwunden, schleicht Lulu aus ihrem Versteck, ergreift den Regenschirm und saust damit in Richtung Drachenbucht. In den Wolken aber schwingt Gula ihren Zauberstab. Du hässlicher Drache, du! Ich verhexe dich in eine Kokoschugel und dich, du widerliche Medaflaus, verwandle ich in einen Fintentisch! Psch! Ein kleiner Blitz huscht aus dem Stab, doch Kokosnuss und Oskar weichen geschickt aus. Und so geht das hin und her. Die Hexe Gula versucht zu hexen, aber sie kann die Wörter nicht richtig aussprechen. Und dann kommen sie in einen Wolkenbruch und Gula ruft, Oh, ein Bräukenwuch! Und Kokosnuss sagt, Wolkenbruch heißt das, du alte Gurke! Und nun sieht die Hexe mal, wie es ist, in den Regen zu kommen. Und dann versucht sie, die Sonne wieder herzuzaubern und sagt, Pitterzappel, Bumigär, Solkenfort und Wonneher! Aber nichts passiert, denn das war der falsche Spruch. Und plötzlich kommen sie in einen Hagelsturm und die Hexe ruft, Oh, ein Stagelhurm! Blitzschnell fliegen Kokosnuss und Oskar aus dem Sturm heraus. Die Hexe brüllt, ich verwandle euch in einen Tinkstier und ein Schwachelstein. Nein, in eine Krillschöte und in einen Dackelwackel, äh, Wackeldackel! Als sie das Wort Wackeldackel ausgesprochen hatte, kommt plötzlich ein Blitz aus dem Zauberstab. Die Hexe kann widersprechen. Die Wirkung des Zaubertrankes lässt nach. Und nun ruft sie, Hippie, Hoppie, Ochsenbacke, werdet jetzt zu Hühnerkacke! Da kommt ein Blitz aus dem Zauberstab heraus. Haarscharf an Kokosnuss vorbei. Ein Glück! Und da sieht Kokosnuss in der Ferne einen großen Feuerstrahl aufsteigen, und zwar hinter den Bergen am Strand in der Drachenbucht. Der Feuerstrahl ist das Zeichen dafür, dass die großen Drachen alles vorbereitet haben für den Plan, den sich Kokosnuss ausgedacht hat. Und nun fliegt der kleine Drache mit Oskar auf seinem Rücken im Zickzack hinunter zum Strand. Die Hexe Gula folgt ihnen und dann landen alle drei mitten zwischen den großen Drachen. Und die stehen dort im Kreis herum. Puh, das war knapp. Aber es ist noch nicht vorbei. Ob der Plan von Kokosnuss aufgeht und die Drachen die Wette Hexe Gula vertreiben können, erfährst du im nächsten Teil der Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.